hallo herzlich willkommen zu vollerockt meine musiktipps zur apokalypse ausgabe 123 sehr schön hallo nehmt bitte platz an meine theke wie immer habe ich ein bisschen was zusammengestellt und als ist es ja ich habe heute sogar mal ihr seht sie hier schon im t-shirt und ich habe auch heute eine andere tasse ne paul di jano gestorben und ich habe da mal so ein bisschen auch in der sammlung geschaut was ich so alles solo von ihm habe und da gehen wir dann der herrnummer drauf ein da gibt es nämlich ein zwei kleine perlchen so unter hashtag musikalische erinnerungskultur zu entdecken also wasser ist gesund großes danke zur letzten folge die kommentare zu meinem kleinen ja nevermore werkschau und hinterher fällt mir dann immer noch ein das hätte man noch sagen müsse und dies aber deswegen das muss ich jetzt unbedingt noch nachlegen beim debüt unbedingt auf den schlagzeug sound achte what tomorrow knows wenn dann die snare da kommt und das vorantreibt das macht das das ist so richtig geil gut wenn ja jetzt wo ging es jetzt im text weiter genau wer mag kann diesem aufruf folgen darauf bedanke ich mich ganz herzlich und da wollen wir gleich loslegen ja ich lege mir immer so alles zusammen was mir babbelt und man hat es ja nicht gelernt ich versuche hier das beste draus zu machen also als erstes habe ich ein buch und zwar dürften das schon der eine oder andere in magazin und so weiter wurde schon gesprochen interviews und so weiter gemacht und zwar habe ich hier helmut rosa seine kleine soziologie des heavy metals hochinteressant when monsters raw and angels sing eine kleine soziologie des heavy metal ich lese gerade auch noch mal ab professor dortmund hartmut rosa lehrt allgemeine und theoretische soziologie an der universität in jina er ist leitender direktor des max weber kollegs in erfurt ja hochinteressantes buch das wird auch noch gar nicht so schnell in das regal wandern hier oben habe ich auch noch so laute so kleine lesezeichen reingebracht wo ich noch mal nachlesen muss um alles was uns soziologe schreibt das dann auch wirklich zu verstehe aber da sind sachen drin wo ich gemerkt habe das habe ich schon immer gedacht und endlich hat es einer ausgedrückt also so quasi offiziell hier zu buch gebracht und ich frage mich hier auch immer was treibt mich an warum warum suche ich immer wieder neue bands unbekannte bands sachen die ich damals verpasst habe und heute warum ist das so warum lese ich immer wieder zeitschriften musikzeitschriften gehe auf konzerte und konzerte immer wieder treibt es mich an auch wie gesagt junge bands zu finden neue bands zu finden und ja es ist das habe ich jetzt hier draus so gelernt es ist wirklich dass man da nicht so auch selbst drauf kommt irgendwann saß man da in seinem kinderzimmer und hat dann bleiben wir mal hier bei allen meden zum beispiel das erste album 1980 diesen moment als du das album entdeckt hast dieses gefühl dass du dann diese schmetterlinge die da vor verliebtheit zur musik im bauch rumgeflogen sind diese gänsehaut die du bekommen hast die sucht man also zumindest ich suche diesen moment immer wieder irgendwie ist mir dann vielleicht auch ein getriebener kann man vielleicht sagen aber es ist immer wieder und ich habe heute auch gerade zwei bands hier heute dabei die ich euch näher bringen will wo genau das passiert ist wo diese gänsehaut war und dieses krummeln im magen wo du merkst boah ist das geil wo war die band gestern warum entdecke ich die erst heute oder sonst irgendwas also spannende sache helmut rosa when the monsters roar and angels sing ich kann es empfehlen ich werde es wie gesagt noch gar nicht wirklich ins regal räume das kommt neben meinem hörsessel auf den tisch und da werde ich immer noch mal nach nachschlagen weil es ist wirklich interessant also die kleine soziologie des heavy metal ja und da komme ich jetzt dann gleich zu der band wo ich genau dieses gefühl dann wieder hatte und zwar handelt es sich um die band winterhawk ja nie gehört nie gehört oder nie es gibt von der band ein studio album von 82 das kaffee ist mir schon tausend mal aufgefallen aber ich habe mich erst jetzt ich komme da ich füge das alles irgendwie zusammen und als ich mir das angehört hatte war da war es wieder dieses krummeln dieses wow das muss ich haben und zwar ist die band mir jetzt erst so richtig aufgefallen als mein kumpel neudi über sein golden gore label dieses album veröffentlicht hat sehr back again ist ein doppel lp über drei seiten live seite vier sind noch zwei bonus songs dabei und ich habe gedacht ich fall vom glauben ab warum höre ich erst jetzt von dieser band und warum checke ich die erst jetzt an bin dann sofort nachdem ich mir das online anhören konnte was ich mache das dann immer so über youtube habe ich dann auch hier reingehört gibt es über high roller record seit hausen 2020 das debüt album und der eigenregie veröffentlicht 1982 patrick we engel gemastert für mir remastert für vinyl superteil habe ich mir dann auch gleich geholt aber ich war wirklich hin und weg als ich diese live aufnahme hörte also 1977 gegründet in chicago 82 das debüt übers eigene label nimmt die band 1978 in chicago ein live album auf welches 2002 über monster records veröffentlicht wurde und jetzt erstmals auf vinyl auch gemastert für vinyl neudi hat er es alles überwacht und geil es ist der oberhammer also um was geht es hier also 1978 77 gegründet wer war da schon in nordamerika ziemlich angesagt und so weiter rasch ihr werdet so diese ersten drei vier alben rasch werdet ihr da ganz sehr als einfluss raushören gesang erinnert zum teil an rasch mich aber auch an boston brett delp und boston ist auch so von den harmonien in den songs auch definitiven ein 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 einfluss würde ich sagen und dann es hat alles so diesen 70er jahre gem charakter virtuose twin guitars also wer auf lange gitarren solos steht also wer so live album aus den 70ern, wie Mountain, Linnett, Skinner, Wishbone, Ash, auch Rainbow würde ich da auch noch fitzelchenmäßig raushören, auch was dann das Studiowerk dann später betrifft, auch, du kannst auch Triumph, waren ja auch Anfang der 70er und spätestens Anfang der 80er ganz groß in Nordamerika, Triumph aus Kanada, so die Frühphase bis Just a Game würde ich da auch noch rein interpretieren wollen, also und dem Ganzen noch so ein progressives Mäntelchen gegeben, also wer sich da jetzt angesprochen fühlt und auch auf lange Gitarrensolo steht, Halleluja, der kann eigentlich fast schon blind zugreifen, aber da will ich niemanden so ermutigen, hört es euch im Netz an, kann man anhören über YouTube und so weiter und danach wohl das haben, auch die Preise, was Golden Core oder auch High Roller macht, das ist so, ja, musikfanfreundlich, also was haben wir noch, also ein Progressiv-Touch ist drin und so die ersten Metal-Ansätze kannst du raushören und ja, also unfassbar geil, diese Instrumentalparts, Tränen in den Augen, diese Harmoniegesang, hei, 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 das ist der Hammer und da ist er dann, wenn du das hörst, da ist er, dieser Kick, warum? Natürlich könnte ich mir auch die aufgezählten Bands, Linnit, Skinhead, Mountain, Wishbone, könnte ich mir auch diese Live-Alben alle anhören, aber ich weiß nicht, ob ich dann noch mal dieses Gänsehaut-Gefühl bekomme, wie beim Esmer und hier war es der First Contact und dann, wow, da ist so was Warmes, Gänsehaut und alles und dann muss ich das einfach haben, okay, dann bin ich ein Getriebener, irgendwann kriege ich die Platte hier unten nicht mehr in den Keller rein, aber es ist scheißegal, so habe ich halt einfach irgendwie meinen Spaß drauf, auf dem Studio-Album, auf dem Live-Album, ziemlicher Höhepunkt, free to live, was ein Gitarren-Solo, richtig geil und gefütterte Hülle, faire Preise, ich komme da immer auch so in Rage, ich komme mir so raus, so sieht es aus, hier wird auch noch mal der Wertegang so ein bisschen erklärt, sonst gibt es nix weißer, nix weißer, nix weißer, oh Gott, er babbelt einen Scheiß da manchmal, also wirklich ganz toll, gute Pressung, gefütterte Hülle, geiles Teil, guter Preis, also wirklich, wenn man sonst sieht, was mittlerweile Vinyl so kostet, aber diese, und warum sollen wir jetzt hier bei dem alten Scheiß irgendeinen Preis überziehen, sonst würde es ja gar keiner kaufen, sonst würde es ja gar nicht, super Pressung, kannst du nix sagen, hier dieses High-Roller-Wiederverwischung von 2020, die Studio, das Studio-Album, das empfehle ich noch mit dazu, es ist da Hammer, also, wer auf diesen ganzen alten, ich sage jetzt mal, 70er Jahre, Jam-Session, lange Gitarren-Solos, Musik, Abfährt, der ist da, glaube ich, schon ganz gut zu Hause, habe ich alles gesagt, ist so viel immer, gut, machen wir gleich weiter, weil, haben wir jetzt eine Neuheit, Wasser, Wasser ist ja gesund, gell, hab ich das Mikrofon ein bisschen rüber gesetzt, vielleicht gurgelt uns jetzt so, okay, jetzt beschlucke ich mich auch noch, also, okay, ein bisschen rüber, also, jetzt haben wir eine Neuheit und da war es genauso, also, das geht jetzt gerade mit diesem Buch, als ich das gelesen habe und dann diese Winterhawk entdeckte und die folgende Band, da ging es genauso, ich habe es mir angehört über YouTube und habe mir gedacht, Alter, wie geil ist das denn, ey, und da war auch sofort diese Gänsehaut da, dieser Sound, dieser Platte, dieses Analogische, ich denke schon, das ist doch jetzt irgendwie ausgegraben worden, 1979, 80, irgendwas Vergessenes in irgendeinem Kellerlager einer Plattenfirma und da war wirklich sofort dieses positive Gefühl und so weiter, so, als der Hardrock Ende der 70er, 79, 80, so vom Hardrock zum Heavy Metal, genau in diese Phase passt das rein, Amethyst aus der Schweiz mit ihrem Debütalbum, richtig, Alter ist das stark, also, ich weiß nicht, also, man könnte natürlich jetzt zu mir sagen, weil hier sind ja auch so, ja, Medeneinflüsse, so, vom ersten Album sind ja auch drin zum Beispiel, dann könnte man sagen, ey, dann hört ihr doch das erste Medenalbum an, dann hast du doch, das, nein, das ist halt einfach nicht dasselbe, das ist nicht dasselbe, irgendwie muss es ja immer weitergehen, auf jeden Fall, ähm, 79, 80, als das gerade so war, als Jufo, Sin Lisi, das sind so diese Einflüsse, ähm, ähm, und als die New Wave of British Heavy Metal mit Tigers of Pain, dieses Ganze, in diese Gemengelage, in diese Zeit passt das rein und ich erinnere mich da halt natürlich auch so Stronghouse-Law, Es ist Medenalbum, zum ersten Mal gehört, Gänsehaut und, und dann ist mir so ein Film durch den Kopf geschossen, als ich das Album gehört habe, ich habe mir so vorgestellt, so, an einem Donnerstagabend gehst du in deinen Stammkneipe, Stamm-Pub oder irgend sowas und dann gibt es auch in der Ecke so eine kleine Live-Bühne und du denkst dir, naja, ich trinke mal zwei, drei Bier und höre mir so zwei, drei Songs von da irgendeiner, was weiß ich, Band da irgendwie an und dann gehe ich nach Hause und ist es Donnerstag und das Wochenende kommt ja noch und das nächste, was passiert, dass du wach wirst, zu Hause völligst verkadet und denkst dir, was war das für ein geiler Abend, was war das für eine geile Band und du hast ja am Merchstand noch das Demotape gekauft oder die selbstfinanzierte LP und so weiter, das hatte ich so, dieses Lebensgefühl, dieses Gefühl hatte ich beim Hören dieses Album absolut sofort im Kopf. Ja, auf jeden Fall, diese Band, eine Schweizer Band, da war ich dann auch irgendwie überrascht, vielleicht ist es so, vielleicht denkt man dann, ach, die Schweizer, die können doch sowas sein, ha, Poppesgeleckt, richtig geil machen die das, also die fangen diesen Geist dieser Zeit, diese Musik, sowas von geil ein, das Ganze ist hochmelodisch, ein Feuerwerk an Riffs, an Twin-Gittern, dieser warme Sound, wie gesagt, so eine Schnittmenge Hardrock, Heavy-Metal, also da, wo es gerade so umkippt, also ihr versteht, was ich meine und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das ist doch absolut fucking Altbacken, das braucht heute keiner mehr, nein, sehe ich komplett anders, es zeigt mir, es zeigt mir, wie stark die Musik zu diesem Zeitpunkt war, wie diese Bands die weiteren Jahrzehnte geprägt haben, wie Leute nach ihnen, dass auch 2024, ihr Debüt-EP kam 2022, also auch in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrzehnt gibt es Musiker, die diese Musik lieben und ihre Interpretation, ja, rausbringen wollen und das finde ich geil und deswegen ist das für mich nie Altbacken, ich habe da total meinen Spaß dran, natürlich wird es interessant, wie entwickelt sich die Band weiter, hat es überhaupt eine Chance, gibt es ein weiteres Album, bla bla bla, aber das passt auch genau in diese Keep It True Szene rein, also, ah, der Sound auch, der Sound, authentischer geht es nicht mehr, also, wow, was man da heute auch doch hinkriegen kann, was dann wirklich auch diesen warmen Klang hat, dieses, oh, ich bin begeistert, ich muss jetzt, ich muss das jetzt hier, also ich halte solche Veröffentlichungen, wegen mir mag das für andere Altbacken sein und dann, ich brauche das nicht mehr, ich habe irgendwann aufgehört 1988 Platte zu kaufen oder sowas, ja, dann hört euch immer diese fünf Platten an, ich will einfach mehr. So, hier nochmal da rein, es war, oh, weiß ich jetzt nicht mehr, gefütterte Hülle, hab's vergessen, auf jeden Fall haben sie ein Inlay dabei und sie haben hier die Texte dabei, das Ganze ist erschienen über No Remorse Records, kriegt er auch bei den Mail Order wie High Roller Records, super Pressung, schweres Vinyl, kannst du nix sagen und auch hier der Preis, mehr als Metalfreundlich, kann man nur sagen, also hier, Amethyst aus der Schweiz, ist der Hammer, ey, ich bin einfach, ich glaube, jetzt brauche ich erst mal Ruhe. Oh, und weiter geht der Wahnsinn, als Getriebener immer wieder was finden zu müssen, finden zu wollen, das ist es, das ist es, also, das hat mich jetzt wirklich, wie sagt man heute, wie sagen die Kids, getriggert oder so, ne, also, ja, ja, so geht es, also, genau in dem Ding habe ich dann 2020 auch eine Band entdeckt und dachte, das wäre eine neue schwedische Band, die damals ihr Album Poltergeist veröffentlichten und ich dachte wirklich, oh ja, das ist eine neue Band, geil, um dann zu lernen, festzustellen, dass die schon drei LPs und EP seit 1984 draußen hatten, also, beschäftigt habe ich mich mit der Band schon mal in der Ausgabe 7 und 38, die ganz alten Folgen, ich entschuldige den Ton und so weiter, aber macht auch Spaß, da nochmal reinzugucken, hier, aus Schweden, Mindless Sinner und Metal Merchants, yeah, da ist es, bei High Roller Records erschienen, ich zeige es auch schon mal gleich hier, wieder gefütterte Hülle, Top-Pressungen gibt es nichts zur Sache, eine kleine Kritik habe ich, die sage ich euch dann zum Gleich, und ein Download-Code ist auch noch drin gewesen, also, sieht schon mal ganz schick aus, also, Band bewegt sich ja in der, ähm, äh, äh, ja, eine Schnittmenge melodische Früh-Juro- und Früh-Malmstein-Phase, diese schwedische, schöne Melodik-Rock und man kann jetzt schon sagen, dass das letzte Album Poltergeist 2020 war ja schon ziemlich stark, aber hier wird es auf mich noch gereifter, die älteren Herren, und noch zielstrebiger, also, das Ganze kommt noch mehr, äh, äh, auf den Punkt, als ja schon überhaupt nicht schwache Vorgänge, das Cover hier ist besser, das letzte Cover fand ich ein bisschen, bisschen merkwürdig, also klassische, sehr melodische Heavy Metal, der auch mal zum US-Metal a la Riot, diese Melodien, dieses treibende, mal so rüberschiel, tolle Katarrenarbeit, wie gesagt, Malmstein fällt mir das an, aber auch so John Nurum und so weiter, diese ganzen guten, ja, wirklich starken Gitarristen und, äh, die Schweden hatten ja schon immer irgendwie, vielleicht schlickt es, alle haben das Apergen, liegt wirklich ein Gefühl für starke Melodien, also, eigentlich ist es so ein typischer, hochmelodischer, mit gutem Tempo vorgetragener Schwedenstahl, also, und es hat viel Spielwitz und das Ganze kommt auch irgendwie sehr positiv rüber, also, äh, ja, so eine richtig positive Atmosphäre strahlt dieses Album auf. Ein weiterer Hinweis, der ist ganz wichtig, der wusste ich nicht, ich habe mir nämlich einfach so, ah ja, neue Vinyl bestellt, die CD gibt es mit drei Songs mehr, mit drei Bonus-Songs, die haben halt dann hier auf die Platte nicht mehr draufgepasst, ist natürlich ärgerlich, bin jetzt nicht hingegangen und habe die Songs mit CD und Vinyl verglichen, sollte ich in Zukunft vielleicht öfters mal tun, weil das ärgert mich jetzt schon und das Letzte, was ich jetzt auf jeden Fall, auf keinen Fall mache, ist jetzt noch die CD zu bestellen, wegen den drei Songs, drauf geschissen, somit ist das Album hier so, wie es nun mal da steht, es sei denn, es gibt eine Krabbelkiste mal für 5 Euro, dann werde ich es irgendwie mal zuschlagen, also, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten, Top-Pressung, High-Roller-Qualität, gefütterte Hülle dabei, was willst du mehr und, ähm, ja, ähm, geile Metal halt, einfach schöner, melodischer Metal, traditionell auch und, ähm, gute Melodie, gute Gitarrearbeit, hier, Mindless Sinner, Metal Merchants, yeah, und das, äh, es gab auch Re-Release von der EP und so weiter, ähm, könnt ihr euch auch mal umschauen, das lohnt sich wirklich und das Poltergeist-Album, ich hab's jetzt dann auch mit der Gitare nochmal gehört, richtig stark. So, kommen wir zur nächsten Neuheit, weil für diese Band, äh, fünf Jahre zwischen einem Album ist wirklich viel, das ging bei Ihnen sonst ein bisschen schneller und zwar hier Sunraven von Grant Marcus. Grant Marcus ist auch so eine richtige, ja, Leibspeise von mir, ich mag die Band richtig, wie gesagt, ähm, hat jetzt fünf Jahre gedauert, da war natürlich auch ein bisschen Corona dran schuld, das letzte Album ist 2019 erschienen und ich kann mich auch erinnern, dass es Anfang 20 Konzerte-Tour gab und die musste dann abgebrochen werden, naja, und dann wissen wir ja, was alles dann so los war. Und im Nachhinein kann man vielleicht feststellen, so ging es mir auf jeden Fall, dass diese, ja, mehr oder weniger unfreiwillige Pause der Band beim Songwriting doch ganz gut getan hat, denn ihr seht, traditioneller Metal mit Doom-Anstrich ist doch schon ein wenig einfacher gestrickt, nix für verkopfte Broke-Fans, die kommen so und die Songs kommen meiner Ansicht nach, ich habe wirklich in diesen 35 Minuten, so wie es früher war, länger waren die Platte nicht, keinen Ausfall gehört, das muss ich wirklich sagen, keinen Ausfall. Zur Orientierung, wer die Band jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat oder gar nicht kennt, mich erinnern sie immer ganz groß an Black Sabbath, Seven and Hell und was die Dio dann danach sowieso gemacht hat, das sind so diese Haupteinflüsse. Maden haben sie auch ein bisschen drin, naja, welche Metal-Band ist nicht von Maden beeinflusst und verarbeitet da mal irgendwie was. Starkes, auf den Punkt gebrachtes Album, ja, wie gesagt, 35 Minuten. Als die CD rauskam, da konnte sie dann 75 Minuten, glaube ich, so rum, war es, was auf eine CD raufgeht, 77 Minuten und dann wurde das immer vollgepackt und ich könnte heute ein Arschwoll CDs aus der Sammlung ziehen und Alben, wo die einfach zu lang waren, wo einfach zu viele Songs drauf waren und so weiter. Daher finde ich das alles gar nicht so schlimm, wenn so ein Album nur 35, 40 Minuten hat, ist wie früher, ist auch besser erfassbar und so weiter und es ist tatsächlich eventuell weniger Müll drauf. Also traditionell ebisch Raise Your Fist Metal. Kommt auch noch hier noch, ja, so schaut es aus. Hier Foto und so weiter und Texte. Hier, hoffe ich, holt ihr sich keinen Schnuppe. Da werden die Leute halt krank, ne, wenn man sich da ohne Hemd in den Wald stellt. Und was war, ja, genau, wo ist es eigentlich schon mal erschienen? Nuclear Blast Records, haben auch gute Pressungen, kann man nicht sagen und schwarze, gefütterte Hülle. Ja, dann lasst uns mal zum lieben Paul Diano kommen, der vor kurzem, ja, mit 66 Jahren, das ist ja kein Alter, von uns gegangen ist und jetzt irgendwie sein Leben zu bewerten. Warum ist er schwer krank und Operationen hier und auch Drogenprobleme und so weiter. Das möchte ich alles nicht. Es ist mir alles völlig wurscht. Das ist die reine Privatsache des Herrn Diano und da will ich auch gar nichts zu sagen oder bemerken oder sonst irgendwie was. Ich habe mich dann halt einfach mal in meiner Sammlung umgeschaut und musste dann doch mal feststellen, dass ich gar nicht so viel von Paul Diano habe, weil seine Karriere nach Maiden ja doch mehr so im Stottergang ging. Natürlich hier die ersten zwei Maiden, was soll man da großartig noch großartig diskutieren? Es sind Klassiker. Man kann sich schlussendlich nur noch streiten, welches der beiden Alben geiler ist. Bei mir ist es, es endet sich immer nach dem Hören. Hör ich das erste Album, das ist das Beste. Hör ich das zweite Album, das ist das Beste. Und ach, scheiß drauf, sie sind beide einfach sowas von fucking geil und haben so viel Einfluss hinterlassen. Und es zeigt einem auch mal wieder, wenn man es dann jetzt mal 2024, leider nach dem Tod, ich habe es immer, immer mal gehört, aber jetzt hört man nochmal so anders dahin. Ja, und man merkt einfach, wow, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, was für eine unterschiedliche Band Maiden geworden ist nach dem, sagen wir mal, Ausstieg, nicht Rauswurf, Ausstieg von Paul Dieno. Also ich bin ja da immer gern dabei zu sagen, somit habe ich zwei geile Bands. Ich mag Maiden mit Bruce, ich mag Maiden mit Paul, es ist sensationell. Ich mag ja sogar Maiden mit Blaise Bailey. So, und ich habe dann halt mal geschaut und ja, seine Diskografie ist ja, ich erhebe hier keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Aber um das gleiche mal klarzustellen, und es ist auch unwahrscheinlich schwierig, seinen Werdegang. Das Ganze erscheint mal unter Paul Dieno, dann Paul Dieno End und dann gab es die Band Killers und und also es ist Musiker von hier, Musiker von da. Also es ist sehr kompliziert, ist ein eigenes Fach, wo man richtig reintauchen müsste. Also wie gesagt, keinerlei Vollständigkeit. Was ich schon ewig, ewig in meinem Schrank stehen habe. Hier, Paul Dienos Battlezone und ich muss ehrlich zugeben, ich habe es in diesem Jahrhundert noch nicht gehört und habe es mir jetzt die Tage dann halt nochmal zu Gemüte geführt. Battlezone Fighting Back 1986 erschienen und ich finde es gut. Es sind ein paar wirklich gute Sachen drauf, aber man muss halt auch erkennen, eventuell 2024, das hat 1986 nicht gereicht, um dann als Paul Dieno Dieno groß durchzustarten. Im Rückblick ist es besser als damals. Man muss auch bedenken, was ist nach seinem Ausstieg bei Meden bis zu diesem Album, was ist da alles so erschienen. Der Metal hat sich weiterentwickelt. Also wirklich nicht schlecht. Ich finde es gut. Es ist ein gutes Zeitdokument heute und ich fand gerade The Darkness, The Land, God, Gaves and Chain, Feel the Rock und Welfare Warriors sind starke Songs. Also werde ich schön in meiner Sammlung behalten. ist ein wirklich, ist ein gutes Album. Es ist wirklich ein gutes Album, das vielleicht jetzt im Rückblick sogar stärker wirkt, als es damals war. Das Beste überhaupt für mich von ihm ist ja das Killers Album. In irgendeiner Folge, habe ich es auch schon mal vorgestellt, hier Killers Murder One halte ich für das beste Paul Dieno Album nach den ersten beiden Meden Alben. Das ist so fantastisch. Murder One 2 noch erschienen. Ich habe ihn damals dann auch in der Butch Cup gesehen und jeden, den ich immer nochmal über das Konzert spreche, der da war, spricht von einem Abend, den man nicht vergisst. Daher ist es so unverständlich, dass seine Karriere nicht irgendwie so dann, ah, also hier ein absolutes Must-Have oder Hashtag Musikalische Erinnerungskultur, zieht es mal wieder aus eurer Sammlung raus, wenn ihr es lange nicht mehr gehört habt. Ja, und da danach ist 94 Killers, auch unter dem Namen Killers, Managed to Society erschienen. Und da hat er meiner Ansicht nach einen Fehler gemacht und da wollte er auf irgend so einen Panthera-Zug aufspringen. Das hört man an der Produktion, das hört man an der Song und er singt, versucht da ein bisschen anders zu singen. Er tut so Phil Anselmonen so, so irgendwie das so irgendwie nachmachen zu wollen. Und ich habe ihn damals auch auf der Tour gesehen, 94 mit Metal Church, Vicious Rumors und ein Ticket habe ich noch, die blende ich euch mal ein. Und da hatte er ja teilweise von der Bühne das Publikum beschimpft. Da hat dann einer mit Earplugs gestanden, den hat er beschimpft und wenn irgendeiner irgendwas gerufen hat, hat er beschimpft. Also es war ein sehr unsympathischer Auftritt. Naja, aber was bleibt? Hier, Killers, Murder, One, das muss ich euch empfehlen. Ihr könnt ja mal Managed to Society einfach mal antesten, ist ja vielleicht ganz interessant. Dann gab es 2000 über BO-Records in Deutschland unter anderem erschienen das Album Nomad, welches ich nicht habe. Ich habe aber das von 2006 The Living Dead Album. Und jetzt Vorsicht, Leute, das ist das Nomad-Album. Also es ist nochmal mit einem anderen Cover, mit Zusatzmaterial. Zwei Maiden-Songs sind live drauf. What Child, Phantom of the Opera und Symphony of Destruction von Mega, das ist hier mit drauf. Dann noch eine DVD mit Interview. Ist auch ganz nett, wirkt heute im Rückblick auch irgendwie besser als damals. Aber irgendwie auch das Songwriting kommt nicht so ganz auf den Punkt. Ihr müsst nur acht passen. The Living Dead mit Bonus-Material oder Nomad von 2000. Braucht ihr jetzt auch nicht doppelt im Schrank stehen, aber es sei denn, ihr mögt gerne Kaffee. Dann gab es 2015, habe ich noch. Architect of Chaos und das ist auch wieder ein ziemlich gutes Album. Phantom, ne, was habe ich jetzt mir hingeschrieben? Ach, nie, falsch. The League of Shadows. Hier ist es. Das ist richtig gut. Das ist rotzig, ist ein bisschen punkig, hat ein bisschen Dreck unter den Fingernägel. Ja, reißt jetzt auch die Metal-Welt nicht neu ein, aber ich war jetzt nach langer Zeit mal wieder gehört, war ich doch überrascht. Ist ein gutes Album. Also ja, Murder One und das hier würde ich jetzt schon sagen, sind so für mich die interessantesten aus der Diskographie von Portiano. Na ja, außer die ersten beiden Mädchen natürlich, gell. Also hier, auch nicht schlecht, gibt es alles so, alles gibt es doch so recht so in einem vernünftigen Second-Hand-Preis, zahlt man sich nicht. Aber, aber, die absolute Krönung und ich habe es schon mal, ich glaube in Folge 7 oder 13 oder wann, irgendwann vorgestellt, der absolute Hammer und das ist das absolute Must-Have in eurer Sammlung, was Live-Alben betrifft. Portiano, Hell over Waltrop. Alter, irgend so ein Glas Städtchen und Norddeutschland und da habe ich die 2006 auf dem Stadtfest gespielt. Und mit dabei war Sydney Youngblood und Fury into Slaterhouse. Also Portiano mit seiner Band hat er überhaupt nicht reingepasst und irgendwie war anscheinend auch, ob man da überhaupt spielen soll. Und zum Glück haben sie da gespielt. Ihr werdet die Maiden-Songs in keiner, also besseren Version mehr hören, jetzt in keiner roheren, in keiner rotzigeren Version mehr hören, wie hier. Hier ist auch Songs vom Killers-Album dabei. Blitzkrieg-Pop wird auch noch gecovert, was auch ziemlich gut dabei. Face Healer-Cover-Versong auch passt super dazu. Also das Teil, kann man nur froh sein, dass das aufgenommen wurde und dann, wann wurde es veröffentlicht, ich glaube 2020 wurde es erst veröffentlicht, eine Aufnahme von 2006 auf einem Stadtfest. Gitarrist war irgendwie aus der Gegend und dann hat man da gespielt. Das Publikum geht geil ab und beim Hören stehst du mittendrin. Also es ist richtig der Hammer und was wurde der gute Paul. Wie damals, 290 eine Batsch gehabt, da haben wir alle, Paul, Paul und hier auch. Die Leute feiern das total ab. Und da sind wir wieder an dem Punkt, schade ist der Mann aus seiner Karriere. Warum auch immer nicht mehr machen konnte. So, das war so ein bisschen mein kleiner Paul de Jerno. Also das hier, das ist ein Must-Heft, Leute. Das braucht er. Und ich würde sagen, das war es. Ausgabe 123 von Völlerock. Meine Musiktipps zur Apokalypse, denn vor der Apokalypse ist nach der Apokalypse. Ne, nach der Apokalypse ist vor der Apokalypse. Und Leute, lasst euch da draußen nicht zu verrückt machen. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.